Hallöchen und willkommen zurück. Yay, es scheint zu regnen. Das heißt, wir müssen nicht gießen. Hallo Basen, ich habe einen Tick über dich in der Zeitung gesehen. Sieht's aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles liebe Mama. Oh, gut. Dann habe ich eine Strandschnecke gefunden. Geologisch, Schmied. Hier waren die Geldbündel. Futter. Ja, zehn einfache Weizen. Habe ich ja jetzt. Okay, ich konnte den ersten Mais ernten. Hier, du siehst mal. Wow. Nur mal ein paar Melönchen. So, das heißt, ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder frei. Noch für Mais. Früh. So, ich stelle erst nochmal eben etwas Dünger her. Knall den da drauf. Oder? Ah, hier ist noch Dünger drauf. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Mal eben nochmal ein Hühnchen gucken und das Ei aufsammeln. So. Alex gebe ich dann das ein. Okay. Gut, ähm, das kann ich hier reinpacken. Ah, das habe ich. Das gebe ich Alex. Oh, ich habe direkt einen... Warte. Na, hier doch. Hier, direkt einen guten Mais gekriegt. Den brauche ich ja hier. Aber brauche ich nicht auch hier noch? Ja, hier einen schlechten. Okay, also. Der gute Mais kommt hier rein. Den kann ich nicht verkaufen. Hier habe ich noch eine Weizensaat. Brauche ich nur noch sechs... ...Dinger. Äh, gut. Dann gehen wir jetzt mal eben... Boah, geil. Edelwicke, Edelwicke, noch eine Edel-Ei. Zupi, dupi. Äh, perfekt. Ja, wir machen echt schon gute Fortschritte. Bei... So, hat heute irgendwer Geburtstag? Mal eben gucken. Nein, aber morgen hat Sam Geburtstag. Äh, lege vier grüne Schlamm in der örtlichen Wien. Ne, ich weiß nicht, wann ich da das nächste Mal Bock drauf habe. Was kostet eigentlich denn nichts? Das kostet... Alter, 10.000 Mönchen, Piero. Halt, abschneider. Edelwicke, Mais. Da, was hat ich jetzt gesagt? Zwecks. Gut. Alex, es ist regnet. Der steht natürlich draußen. Das ist cool, dank dir. Wenn meine Haare bei den Ladies nicht so gut ankommen würden, würde ich sie komplett abmassieren. Das ist schwer. Äh, nein, Alex. Das Leben kann echt hart sein. Oh, das tut mir halt echt leid. Aber wir sind schon so big buddies, ey. Gut. Ah. Mal eben an den Strand da alles. Sammeln. Was geht... Lehm. Ich überlege gerade, ob ich meine Spitzhacke vielleicht... Und sie gebrauchten wir auch... Bei... Schwarzenbrett bei... Hier. Ah, ne, da habe ich ihn schon. Bettforschung. Verzaubern. Futter. Koch. Nee. Jetzt haben wir ihn Winter. Jetzt haben wir ihn Herbst. Hm. Ja. Alter, ich habe jetzt einmal zu ver... Irgendwas sagt mir, dass du noch nicht bereit bist, Bursche. Ich glaube, bei dem kannst du dieses... Heirat... Amulett kaufen. Wenn du die Person... Wenn du... So. Gut. Dann... Es ist eben hoch zum... Moment. Ich habe das Zentrum, obwohl... Ah, Alex ist hier. Wieso ist der... Äh, ha. Ich habe mir nur den Fuß vertreten. Mal schauen, ob ein Verband reicht. Okay. Wo ist überhaupt der Dog? Ich muss gerade sagen. Ich hatte eben im Kopf, dass ich das irgendwo gelesen hatte, dass der 16. in die Klinik geht. Ah, vielleicht... Ist das ein jährliches Check-Up, oder... So. Gut. Ist die Höhle eigentlich ready? Hm. Boah. Das schreckt mir doch nicht so. Ach. Sondern die 10 Weizen abgeben. Das kann weg. Das kann... Ich habe jetzt voll vergessen, die Weizen abzugeben. Ähm... Ähm... Ah, ne, äh... Ich gehe meine Spitzhacke verbessern. Dafür brauche ich aber 5... Und noch die Kupferbarren. Da gehe ich jetzt auch eben als erstes hin. Ich glaube, Clint macht schon um 16 Uhr wieder zu. Wie fauler Sau. Ich habe noch die Joden gehabt. Scheiße, weil ich nicht mehr... Dicke Bude hier vom Bürgermeister entfetten sollen und so. Kupfer. Ah, ne, hier. Kupferspitzhacke. Ja, jetzt seid. Hi, Emily, 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 hi. In der Kolika wüste regnet es nie, dort wird meine Freundin Sandy. Aha. Oh, Alex, hi. Hat das kannst du nicht... Oh, guck. Hm. Ja. Man, hoffentlich ist ein Fuß heil. Auch wenn ich das nicht glaube mit dem Fuß. Also... Futter... Bäm. ähm gut hier kriege ich nur voranschaulungen was war hier mit glaube ich, was, was war hier die Belohnung, wo ist Robert Twister, die Frage, wo der Bus wird der zu dieser Wüste, der hier steht, was mache ich jetzt noch, ich habe noch so viel Energie, ich glaube, aber ich werde etwas Holz hacken gehen, im Wald, noch, weil wir auch mal irgendwann eine Hauserweiterung anstreben müssen, dafür werden wir garantiert viel Holz brauchen, irgendwie habe ich im Kopf, wir hatten das nachgeguckt schon, aber ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben, deswegen packe ich jetzt kann ich, ob hier die Bäume nachpflanzen, wachsen, muss ja, wenn nicht, wäre richtig schlimm, aber ich gehe da mal von aus, weil boah, es war parallel mit dem Gewitterblitz, äh, Donner so so Gut. Ey, 140 Holz mal eben gesammelt, sehr gut. Äh, 160. Ähm, die vier Weizen kann ich eigentlich nur mal eben vertickern. Gut. Gut. 21. Das sind 30 sofort. Den hunden wir eben noch. Ich kann mir jetzt nicht meine Liebe zeigen. Jo. Wow. Das war Tag 16. Ich hab etwas Geld gemacht. So. Ach, 40. Ich hab ja gar keine Spitzhacke. Okay. 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 Da ist nochmal. Boah, wie cool. Kifanthea. 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 So. Auch nicht hier drin. Ne, Aronsirup war das. Ne. Okay. Bisschen. Oh, eine Tomate konnte ich ernten. Ein bisschen Weizen, äh, 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 Standarddünger. So, das kommt hier mal wieder rein. Mal jetzt mit dem Ei. Hm. Hm. Ich hab aber keinen Erdkristall. Schade. Alter, Kupfer und Eisenbahnen. Ich muss dringend in der Mine vorankommen. Eigentlich. So, ich brauche, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mal. Mein Sam noch. hmm. Mal. 5,9,5, sechs, sieben Veidin. Schade, so rein. Punkt Buder十 kurzer. Danke. wieder voll machen gehen ey, komm das wird leider nix mehr ich freue mich schon, wenn ich überall diese Sprenger hier stehen habe weil ich will gar nicht wissen wie teuer die sind ich finde schon die Kack Sprenger, die einem eigentlich nix bringen Kupfer und Eisenkos der Schengen wir gehen wir können nicht in die Mine gehen ich habe doch keine Spitzhacke sobald wir wieder können müssen wir in die Mine guck mal eben jetzt in der Höhle weil, der meinte doch, das braucht ein paar Tage, oder? hier tut sich gar nix ich habe hier irgendwie ein Stück Pflaster schon in der Straße gekriegt hm komisch äh, wie viel jetzt? eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Meistinger oh, heute hat ja auch oh nein, heute ist Ruhetag oh Sam hat Geburtstag Geburtstag ok der Sam hat Geburtstag da ist der Sam doch der Sam hat Geburtstag ok und Sam mag doch bestimmt nein du hast an meinem Geburtstag erinnert das freut mich danke oh mein Gott, das war mega hi du nimmst dir den Tag frei äh, nein klingt interessant hi hi Alex hi Bound-Typ, ich habe eine Frage für dich hey, wenn ich im Profi dann kannst du sagen, dass du mein erster Fan warst nicht schlecht warst ok ok geil Alter, jetzt habe ich schon drei Herzen mit Sam wow 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 ja toll muss ich jetzt zum oh hallo Basen, schöner Tag nicht? ich passe nur ein wenig auf meinen kleinen Bruder auf es ist gut, dass er an seinem so an hä dass er an so einem Tag ein wenig an die frische Luft kommt und er hat hier nur diese Sandburg gewonnen unser Vater hat uns an den Sonnenkrank immer zum Strand mitgenommen Sam Sam kommt Papa je wieder zurück? hm natürlich, wenn sind Papa kommt zurück, sobald er kann aber ich habe ein paar erwarten, dass alle unsere Truppen niedergeschossen werden oh es ist ein Soldat ich glaube nicht alles, was du hörst oh hast du schon vergessen, wie stark Papa ist? er wird sich niemals von einem dieser Gotoro Handlanger erwischen lassen mach dir keine Sorgen und vergiss nicht, dass Mama und ich hier sind und mit dir spielen, wenn du dich einsam fühlst ok oh, der Papa ist irgendwie Soldat oder so so ok ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo unser Arteiler hier zurückkommen wird wir haben die Berichte gelesen unsere Soldaten fallen zu tausenden aber was soll ich Vincent sagen ok es wäre das beste ehrlich zu sein und nein oh mein Gott puh was das Richtige getan wir bestärken ihn mal äh ja Kinder sollten spielen schon Spaß haben solange sie Mütter dazu haben hey, habe ich dir schon erzählt, dass die Band langsam gestärkt annimmt? nein wir haben kaum gequatscht ich habe dir nur an deinem Geburtstag ein Geschenk gebrochen das sind die Best Buddies oder wie? ja, aber es scheint, dass ein Brüder ziemlich gut am Schlagzeichen Sebastian will sie wohl wirklich in der Band haben oh, bildet oh Abigail und Sebastian Miguel war die mit den lila Haaren glaube ich mit dem Emo Sebastian hm ich habe nichts zu sammeln ja, schön für den Zug ja, schön für den Zug ich weiß immer noch nicht, was der bringt so muss ich jetzt zum Joja-Markt hi, Lea heute morgen bin ich versehentlich auf meinen Käfer getreten schön leer habe ich jetzt mit Sebastian gequatscht ja, habe ich gut ich muss zum Joja-Markt unter sieben ne, sechs ich habe hier Ruhetag hat kann ich auch den Scheiß da verkaufen zwölf, ey die haben die haben die haben kein Mais ernsthaft doch, die Fixer oh hi Pam ein Bauernhof im Motto haben ist gut für unser Städtchen was hast du gesagt? es ist schon 14.10 meine Güte ja, bleib doch ruhig ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir Sam wischt hin lieblos den Boden Sam ist bei der Arbeit lenk ihn besser nicht ab ja, schön da der ist hier eine Räuber der Stäbchen was spreche ich nicht an die Olle die da an der Kasse steht keine Ahnung was so ähm gut dann gehen wir uns jetzt einmal erkundigen was jetzt das Hausband nochmal kostet weil ich es vergessen habe ich durch Paddel natürlich irgendwas ohne Edelwickle 100 München 2 Edelwickle 2 Goldene Edelwickle 1 Rostiges Zahnräume ohja so Hausverbesser was 405 ach du schall warte ich mach mal eben was 450 Holz und 1000 Münzen äh 10.000 Münzen ok äh 1 1 50 holz 10.000 holz holz das ist nicht schlecht äh nein ich hab das Holz noch nicht dann geh ich jetzt oben rum ne ich muss noch zum Museum ich hab grad dieses komische Rad gefunden mh werde ich sofort wohl noch ein paar Wolle mit mir auf der Farm fallen 415 415 und 10 Riesen 10 Riesen 10 Riesen 1 1 4 15 3 4 20 1 2 2 wenn ich ein haus hätte ich habe ja noch nicht wirklich platz zum einrichten ich hoffe dass dort mit den ausbreiten 450 holt hi peggy hi yes wir haben hier keine schule aber ich gebe alles im winzeln jetzt ordentlich zu erziehen schulpflicht gebundig oh hi alex die säuferin geht natürlich in die kneipe verlorenes buch der war heftig wo wohnen sie noch mal hier oder aber er ist nicht zu hause wir können jetzt in sein zimmer eine menge extra starkes haargel es scheint als wenn wir einmal ein bisschen ufo mystery eine gitarre sind bett ein bisschen dings ein alter computer sams computer umfangreiche sammlung an computer spielen hier das berichtigt da okay heißen Wieso hört er auf? Wollen wir sie hin? Wo war's denn? Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jams. Wo ist denn Sebastian hin? Ach! Da hab ich gar nicht gesehen. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, für was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Okay. Oh nein, ich sag nicht, ich muss das entscheiden. Oh nein, ich will das nicht entscheiden. Ich will das nicht entscheiden. Fröhliche, extreme, energiegeladene typische... Ach du Scheiße. Energiegeladene Tanzmusik. Das ist genau das Stil, über den ich schon nachgedacht habe. Sebastian, was sagst du dazu? Und was sagst du Sebastian? Sollen wir das machen? Okay. Okay. Danke für deine Hilfe. Mit meinem Gitarrentalents passend magischen Sinterciser Begabung werden wir sicher verstanden. Ich bin mir sicher. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Ich nicht. Ich will ja Abigail machen, wie wir schon wissen. Und deswegen bin ich hier nochmal reingelaufen, weil es mir komisch verkam, weil der jetzt mal von einer Band anfängt. Warte, wir können ja hier so ein Gelee-Dings machen, oder? Macht aus Gemüse und Früchten. Ja, das baue ich mal. 40. Jetzt packe ich dann eine Tomate rein. Eingemachte Tomate wird jetzt gemacht. Das ist ja super handwerklich. Chilé-Honig. Chilé-Honig. Trüffelöl. Gut, wir brauchen Holz. Also, wollen wir ferngehen. Nochmal eben ein paar. Chilé-Honig. 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 450 heute. Puh. Und 10.000. Ich muss mir echt noch einige Bäume fern. Chilé-Honig. Ein Baum bringt 20 plus. Und schon wieder 112 dazu. Guck mal, wir haben die Hälfte schon. Gut, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Bis dahin, tschau.